Es ist ein bisschen bedenklich, der Ausgang der Wahl, und ich denke, die Zeiten werden da tut nichts besser. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht. War nicht ganz zu erwarten. Und ganz Europa rückt rechts, also sind wir damit, ja wie soll man sagen, man wird sehen, was rauskommt. Kaum, was gehört, sage ich mal, rauskommen. Erwartungen können auch positiv getäuscht werden. Viel zu extrem, viel zu hetzerisch, viel zu hasserfüllt. Es ist nicht gut für Österreich und ich hoffe, es wird sich, er wird es nicht werden und die FPÖ, nicht Bundeskanzler, und die FPÖ wird, weiß ich nicht, ich hoffe, dass sie irgendwann in der Versenkung verschwindet, aber es wird nicht sein. Das ist ein historisches Ergebnis. Für einen Grunde, die FPÖ kamen zuerst, und das nicht mehr passiert. Aber natürlich auch die zweite Seite ist historisch, nämlich dass die zwei größer Partys, die traditionell größer Partys, die Socialdemokraten und die People's Party, nicht sogar 50% von den Voten. Ich denke, für Karl Niemann, es ist, erst einmal, natürlich eine Kanzlerin. even though the People's Party came in only second, simply because the Freedom Party might have won the election but might not get the chance to be Chancellor yet. For Mr. Nehama, there is an option to put pressure on the Social Democrats and maybe also the Liberal Neos to join into a coalition and to be and remain Chancellor even after this Black Sunday for him.